Hallo Joachim Görke und ich proben gerade für unsere Albumaufnahmen von Saktophon und Klavierduo, dass wir im August aufnehmen werden in Studio Nord in Bremen. Und wir sind hier gerade im Auberger Klaviersalon oder Klavierauberger in der Gaussstraße in Hamburg und proben ganz fleißig und ihr könnt auch gleich nach was davon hören. Wenn ihr auf dem Laufenden gehalten werden wollt, über den Fortschritt der Aufnahmen oder die Veröffentlichung, dann abonniert am besten diesen YouTube-Kanal oder folgt uns auf Facebook. Und ja, das war's von uns erstmal. Genau. Und jetzt könnt ihr noch was hören, was wir heute sozusagen probehalber aufgenommen haben, und zwar die Hymn to Pure Joy. Viel Spaß damit. Viel Spaß. Ja, das war's von uns. 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 Amen. So much you're soaring and I'm on your side. Amen.